Ok, Room Tour in Wellington. Ausgehend von unserem jungen Zimmer. Da hinten ist nochmal ein Zimmer. Da hinten ist noch so etwas wie ein Museum und so. Badezimmer. Sehr spektakulär. Das ist ja ein Jakob. Dann haben wir da einen Gang. Und da geht es in unser kleines, bescheidenes Wohnzimmer. Mit Smart TV und Netflix und alles, was man so bucht. Ziemlich nette Aussicht eigentlich von der Woche. Ah ja, Tischten ist die Chamon. Das ist so der Essbereich. Wie man sieht. Da gibt es noch so Infobroschüren und alles. Und dann geht es noch wieder Richtung Küche. Und schlussendlich sind wir wieder da. Und sind wieder im Zimmer. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Vielen Dank.